Haben Sie in letzter Zeit mit Ihrem Vater gesprochen? Warum? Rufen Sie uns an. Hey. Und wo kommst du her? Oklahoma, ich war noch nie woanders als hier. Was treibst du mit dem starken Mädchen? Wir sind hauptsächlich ein Haufen Verrückter. Was geht ab, Leute? Das ist Jackie. Hi. Sie braucht einen Job und hat gesagt, sie macht alles. Magst du Waffen? Nicht wirklich. Was zur Hölle machst du dann hier? Das knallt ein bisschen mehr als ein Faustschlag, oder? Verdammt ja. Ruf mich an, wenn's erledigt ist. Was ist das für ein Ort? Das verstehst du nicht. Steig wieder ein. Sie haben die Leiche gefunden. Sieht aus, als hättest du alle Hände voll zu tun. Das wirst du bereuen. Wir müssen nur zurückschlagen. Ich sag denen alles, was du je getan hast. FBI, machen Sie auf. Prost um mir. Das war wirklich dumm, Süße. Verlieb dich nie, okay? Epaus. Ich sage dir mal, äh